Musik Heute arbeiten wir in Djölivol, wo wir eine Kläranlage installieren. Das größte Problem auf dieser Baustelle ist die variable Auslastung. Von 80 Personen werden es in der Hochsaison bis zu 190. Wir haben fünf Becken und werden das eingehende Abwasser zuerst durch Ablagerung reinigen. Wir haben ein Schlammlagerbecken, welches den Schlamm in einem Teil des Systems lagert, ein Pufferbecken, um Nutzungsschwankungen aufzufangen und dann haben wir die sogenannten Reaktoren, mit denen wir das restliche Abwasser reinigen und dann in weitere Filteranlagen befördern, die der Anlage ausgegliedert sind. Wir haben für diese Baustelle mit ihren spezifischen Vorgaben die Firma ATB engagiert, die solche Bedingungen zu handhaben weiß. ATB hat sich wirklich auf individuelle Herangehensweisen spezialisiert. Das heißt, wir können unseren Prozess an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Hier bei dieser Art Projekt wird ATB das Abwasser eines Wohnviertels reinigen. Aber es könnte auch weißes Abwasser, industrielles Abwasser oder Abwasser aus der Nahrungsmittelindustrie sein. Tja, unsere Produktreihe kann sich an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Das ist der wirkliche Unterschied von ATB. Also ATB ist wirklich auf das SBR-Verfahren, Secreting Batch Reactor, spezialisiert. Das heißt, die Reinigung verläuft zyklisch. Ein Zyklus dauert zwischen 6 und 8 Stunden und der durch die Zyklen erreichte Reinheitsgrad beträgt bis zu 98%. Unsere Produktreihe ist sehr vielfältig und wir können daher alle Probleme von 5 Einwohnergleichwerte bis zu 50.000 Einwohnergleichwerte handhaben. Wir können in der Tat unterschiedliche Produkte anbieten. Für 5 bis 50 Einwohnergleichwerte, dann für 50 bis 600 Einwohnergleichwerte und schließlich viel größere Klärwerke, die wir Aqua Max Pro XXL nennen und die das Abwasser von Stadtvierteln oder Städten bis zu 50.000 Einwohnergleichwerte reinigen können. Die ATB-Produkte sind überall auf der Welt erhältlich. Unsere Systeme werden in Deutschland hergestellt. Hier zum Beispiel ein Klärwerk für 200 Einwohnergleichwerte, das auf standardisierten Euro-Paletten transportiert wird, die wir überall in die Welt verschicken können. Wir haben Partner in Afrika und Asien, aber wir können auch zum Beispiel nach Neukaledonien liefern, wo wir einen Partner haben, der unsere Systeme häufig installiert. Das Vertreibernetzwerk von ATB Frankreich besteht aus Spezialisten individueller Klärwerke, die in der Lage sind, unsere Werte wie Technizität, Know-how und Service zu verkörpern. Wenn wir heute mit ATB kooperieren, dann, weil sie unsere Vorgaben vollständig erfüllen und sich außerdem schon im Vorfeld in das Projekt eingebracht haben. Das Produkt ist verlässlich und hat einen geringen Energieverbrauch. ATB ist ein professionelles Team, das für jede Situation eine entsprechende Lösung anbieten kann. Kompakte und sparsame Klärwerke. Kompakte und sparsame Klärwerke.